ja verbrachte sozusagen schutzmauer komplett habe sogar türme schon allerdings ja schutzmauer komplett das ist geprallt denn es fällt das hier also es werden auch diese sachen was ich hier schon habe an den ganzen mauern dann schmiede und stein mit hier habe ich hier verbrachte da ich hier steine sind also da ich hier vielleicht unsere nächste mini ist was heißt nächste das hier war meine erste ich hab schon gedacht das ist irgendwo hingefallen und kann nicht rauskommen das hier war meine erste mini und die ist komplett also drunter geht es nicht mehr ich habe sie jetzt komplett geleert und jetzt habe ich hier ein paar steine gefunden die mache ich raus und mache mit lehm wieder die löcher zu denn leute es ist so ich würde gerne hier dann fallen machen es gibt möglichkeit fallen zu machen so das dazu zweite sache wir haben ein zweiten haus wenn ihr das gemacht habt der grund ist wir sind zu 17 leute ich habe hier 18 betten gehabt dann leute ich habe meinen ja lagerraum für bücher vergrößert habe meine kirche hier verschönert denn die meckern rum dass unsere hässlich sind sind sie auch aber leute hauptsache war das ist meine gewisse also hauptsache waren die halten unsere leute warm und das ist mir die hauptsache so jetzt zu den heutigen gebäuden ja das erste leute das ist die brauerei die bauen wir jetzt ja das muss ich wohl sagen ja trinken schädet eure gesundheit bitte nicht trinken so so wir brauchen viel davon hier sieht also wer von euch aufmerksam ist sieht vielleicht schon dass wir hier schon essig haben also wir können auch essig machen aber es sich können sie nicht trinken auch ungesund haben zweite gebäude machen wir auch leute und zwar apotheke wird heute noch gemacht und die werden wir machen da habe ich schon einen platz gefunden doch hier machen wir wein hier machen wir bier hier machen wir noch ein bier das wohl besseres bier oder was also hier ist ein bier und hier ist ein besseres bier oder was also etwas kräftiges hier wird dann essig wenn das jetzt komplett fertig ist so ich muss mir aber überlegen aus welchen steinen hier die apotheke bauen ich habe da schon eine ahnung was was die apotheke bauen werden so bitte 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 macht mal baut mal tut mal warum wollte ich nicht bauen sie benötigen alkohol und das machen wir jetzt also manche merken meckern so richtig weil manche sind so richtige trinken weil uns immer ja in unserer siedlung das ist essig so das haben wir jetzt gemacht jetzt sollte das funktionieren hier will ich jetzt die apotheke machen tschuldigung das ist meine und leute also in der apotheke leute in der apotheke sind 22 sachen diese hier nicht gerade klein und diese hier ja mir gehört zur apotheke nicht das heißt nähe platz nein also das heißt so ich geben sieben mal sieben ich glaube ich mache hier aus dem boden und gucke mal dass die straßen sieben mal sieben das ist sieben und jetzt mal sieben hier rein das ist schon mal zu viel so hier eins rüber warum weil ich hier zu wenig platz ist leute deswegen reißen wir das hier ab das muss unbedingt drei sein und hier machen wir dann die straßen gleich mal ran so so hier wird unsere apotheke hier werden wir bessere medics bekommen so das dazu jetzt die wände die wände möchte ich die weißen haben warum die weißen werdet ihr gleich sehen ja die fenster mache ich auch keine sorge so jetzt muss ich mal muss ich mal muss ich wollen 1 2 3 1 2 3 4 da wird jetzt 5 oder 1 2 3 1 2 3 hier wird zu benster zubi 1 2 3 hier wird meinstern zubi weil hier daraus würde die küche und wir haben so viel essen leute ich musste schon vergrößern und zwar ich musste vergrößern leute lagerräume und zwar beide der dritte gibt ja noch nicht dritte gibt es noch nicht weil weil wir noch keine waffen und rüstungen und so haben aber wir machen jetzt block ja kalt stein block da sind die richtigen so das ist unsere bibliothek optiker und das lassen wir jetzt bauen denn da ich mache den dunklen dach weil der gebäude an sich hält ist also da passt dunkle dach wie gesagt hier soll jetzt eine straße eigentlich geführt werden wurde das moment 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 doch nicht schon weil da wo das fenster ist wollte ich eigentlich zu haben und hier wollte ich ganz sagen ich blöde wobei ich gucke mal ich drehe mal ich schaue mal also wenn ich hier zu haben gegenüber zum friedhof super wenn euch die apotheke nicht geholfen hat gleich zum friedhof oder gegenüber nee wir machen hier das heißt ja alles raus hier wird fenster sein also nicht unbedingt gegenüber von friedhof da soll jetzt fenster da machen wir hier gegenüber zum ja viel besser sonst kommst du in der apotheke habt ihr mit integrieren nein und der guckt dann gleich nach dem oh je in der nähe ist friedhof naja ok dann gehe ich mir mal einen platz besorgen vielen dank und geht dann gleich zum friedhof so machen wir so hitzewelle na super hitzewelle hitzewelle so jetzt gleich mal einsetzen das gebäude an sich haben jetzt auch jetzt muss man gucken ich glaube wir machen dieses hier und ich hoffe es reichen die steine zwar wir brauchen briggs die bäude an sich steht jetzt wie gesagt brauchen wir ich weiß nicht wie viel wir davon brauchen also kann sein dass wir zwei von denen brauchen und dann reicht uns trotzdem dann reicht uns allerdings trotzdem meiner meinung nach das war jetzt so jetzt bitte das bauen damit ich weiß wie viel wir davon brauchen und ich hoffe dass wir doch nicht zwei brauchen weil die sind schon nicht klein wenn wir zwei davon brauchen und zwei davon brauchen dann brauchen wir zwei hier und zwei hier und das wäre das was gepasst hätte ok alkohol immer und was ist mit mit unseren medikamenten tisch reicht das eine oder brauchen wir da vielleicht mehrere und wenn brauchen wir überhaupt als arbeiter also also fünf mal fünf wäre das hätte nicht gepasst wobei leute ist doch schnuppe ich lasse es einfach so groß ich werde jetzt nicht umbauen fünf mal finden das lasse ich einfach so so kriegen wir schon irgendwie alt also ihr sieht wir haben verpackt das essen so viele leute wir haben aber eine sache nicht und zwei leute wir haben kein alt wir haben sogar wir haben wir haben aber eine wie soll ich sagen sagt keine geilen essen also es gibt also die kochen schon hier das hier üppiges essen das üppige aber dafür gucken wir mal das an und ich hier unten zum glück wird jetzt der platz geschafft und hier auch damit die dann reintragen aber ich habe weniger träger ich brauche mehr träger und es muss hier jetzt alt gemacht werden wie sieht es denn aus mit dem da ja sieht doch geil aus oder leute also die apotheke sieht wirklich sehr schön aus mit der straße und so und die laufen an straßen wie sieht also die laufen wirklich straßen nicht total coole sache coole sache durch jetzt gucken wir mal das habe ich befürchtet aber leute wir haben platz und wir müssen doch nicht kleiner machen wir haben platz leute wir können gegenüber noch machen ja also jetzt werden wir hier noch mal drehen wir die ganze sache mal ich habe das befürchtet zum glück habe ich das so gebaut dass wir platz haben ja die müssen alle drei einschalten sonst muss mir ja das machen einfache heil pakete dann andere pakete und das möchte ich nicht möchte dass das hier schon ja schon gleichzeitig viel ist also gleichzeitig gemacht wird und auch von allem ihr schaut jetzt unsere optiker ist gerade ich freue mich drauf ich freue mich wie verrückt so was haben wir hier hey habt ihr das nicht zu ende gebaut oder was die jettis baub 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 baut also unser optiker sieht absolut geil aus besserer halt paket hier hier ist noch nicht gebaut okay so jetzt wird jetzt wird es lustig also jetzt haben wir ein optiker jetzt haben wir was zu besaufen kriegen die aber immer noch nichts außer essig ist aber ungesund zum saufen gekocht aber wieder essig warum kocht hier kein wein und kein bier also wein kann ich verstehen weil wobei die noch doch hier sind doch träger wo seid ihr denn treibt man alles zum wein machen und drin habe ich auch noch was da muss ich wohl mehr kirche einstellen und mehr wein so jetzt braucht man das hier zu ende eingelegte gemüse und schon gemacht also wegen den essig und salz hat gefällt also essig haben gefällt um das hier angelegt zu machen das heißt leute die bekommen noch mehr wir bekommen jetzt eingelegte sachen und also daher da wird da wird wirklich richtig jetzt mit medikamenten was brauchen wir fünf kräuter und bestimmt noch etwas so oder nur kräuter heute haben wir eigentlich wir haben knapp 1000 also wenig als 1000 aber wir haben das hier warum haben die das hier reingetragen brauchen wir das fluchen verbände haben wir die ersten vier schon einfache heil pakete ja jetzt nicht hier sind und drin johannes bären haben wir auch knapp 500 also warum kommt kein wein was wird hier ich glaube ich glaube das hier fällt um das hier zu machen glaube ich weiß ich nicht die 10 30 vielleicht fällt medics glaube ich habe keinen keinen guten medik so medik ist das hier oder das hier einer von den beiden gesund pflegen gesund machen 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 tun und medik gesamt nachgang 17 deswegen hatte zwei hand schwert schon ein job nachgang 15 und der ist ein bergbauer dem habe ich als bergbauer gemacht wo ist bei den medik medik intellekt nein medizin 11 das braucht 30 ich habe aber medics einem sehr guten medik das weiß ich der ist zwei zwei sternen medik der soll irgendwo hier sein oder ich hatte da ein sternen medik genau aber ich hatte doch noch mehr ich glaube ich hatte zwei sternen medik oder ist er gestorben wenn wir keine haben können auch hier kann ich herstellen aber wir können zumindest ein besserer heil kräuter dann schon geben also wir haben schon ein paket der drin wie sie und da jetzt muss ich gucken ob da jetzt essig schon wieder warum kommt hier kein wein warum kommt hier kein bier ey leute hier wird großes wein gekocht ja da wird wird schon gemacht und hier glaube ich schon was leute erster wein ist hatte ich oh ja ein sauf von runde ja wein ist aber ich gleich alles wenn du so gleich mal neue runde machen deswegen gibt es ja auch ich bin kein alk weil die sammeln gleich alles leer doch fünf also doch nicht alles geschafft äh fünfe sind übrig Schwächlinge ich freue mich dass die nicht so viel saufen also wegen dem fleisch leute ich jag jetzt nicht weil ich habe zu viel essen und wenn ich noch jage ich jag nur eine sache oh ja noch eine ist da äh noch eine und zwar die hat rückenschmerzen und bestimmt ist die also so wie die angezogen ist ist die eher so wie soll ich sagen so am garten das brauche ich deswegen sammle ich so lange es gibt das braucht man für alles super für alles also tante, du nimmst jetzt was nimmst du überhaupt du nimmst jetzt das hier du nimmst das hier ich will aber gucken ob die eine gute hat sie auch also die hat warme so stopp 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 komm ich gesagt du sollst zurückkommen ja schaffst du denn nö das ist zwei handwaffe gebe ich hier halb eine axt und ein schild das werde ich auch nicht schaffen oder ja die hat weniger ja viel weniger als zehn so ok jetzt kannst du dich heilen gehen du bist jetzt gerüstet jetzt haben wir 18 leute und jetzt schau ich mal ich pausier mal leute weil hier ein tag ich pausier mal ähm ich schau mal was die so hat die hat die hat schmiede das brauchen wir die hat zimmer handwerk von mir aus und schneider ne die hat forschung forscher haben wir so viel also da brauchst du nicht jetzt mit deiner nase rein zu gehen der rest kochen ja weil wir jetzt zu viel haben das jahr weil wir da noch also ich glaube wochen gehört auch zum alp und so und medik kannst du auch machen so was ist das schneider du hast da kein stern mehr aber 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 schneiden schneiden und anfertigen ja mach so du bist für alle so so jetzt mache ich hier noch viele leute jetzt mache ich hier noch und dann mache ich schluss für heute leute es ist nicht mehr viel was wir bauen können was wir bauen sollen müssen darunter kleidung ne kleidung brauchen wir und darunter noch waffen also die schmiede haben wir hat jemand von euch 15 angriff außer wer du bist fernkennig aber du hast 21 nah kann ich folge jede habe ich dir ich mit dem bogen ausgerüstet da kann 13 da kann 11 da kann aber du bist schon großen schwer 13 es gibt leute oh ja der zum beispiel na kann 15 was hast du denn ja es gibt leute die das haben das was ich meine 9 9 6 13 die das 15 haben aber die sind mit der spiel und so ein gewisse 13 ja dann 8 ich brauche noch einen nachgang von wenn ich konnte intelligenz 50 ok der ist bei uns auch mit zwei sternen und so ne 6 13 12 du hast neun ne ja ich könnte diesem schwert geben der hat knapp neun angriff leute und zwar ich könnte den hier damit ausrüsten aber dann habe ich mit dem spiel weniger allerdings leute die spiere die sind die brauchen 10 oder weniger das heißt zum beispiel unter hier und nein aber nur ein klein könnte den spier haben zum beispiel hier ich mache aus k klein noch ein ja ja dann nehme ich normalen schwert raus oder oder dich nein dich mache ich das klein bleibt damit er jetzt nicht rennt ok los geht's ich mach dich lieber weil klein ist mit dem schwert seit langerem schon und der macht zwar nicht so viel schaden allerdings jemand muss nicht mehr machen ich muss noch mit schild bleiben ja weil ich jetzt bei dem jetzt den spiel genommen habe der hatte knapp fünf angriff jetzt macht machen wir klein hat doch jetzt genommen oder was haben wir zwei davon oder was ne klein ich weiß dass du jetzt stark bist und so weiter aber ich will dass du beibehältst dein schwert ich weiß dass ich starkere soldaten haben kann aber ich will dass manche auch mit schild und schwert ausgerüstet sind so jetzt haben wir zwei drei leute mit dem großen schwerter der ist jetzt mit dem knubbel in der hand ja so ok leute ich speichere ab ich speichere mal ab sagt vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es gefallen wenn ihr wisst was zu tun ist bis zum nächsten mal euer LONOV3 ciao